ja willkommen mein name ist der new lp und ich begrüße euch zurück let's play walkyria chronicles wieder gestottert egal wie in der letzten folge haben wir den kampf gegen die mamota schrägstrich gegen den wahlkopf hier gestartet 21.000 und ja wir sind immer noch heiß dabei und da wieder ein paar tote aber das kennt man ja einfach wieder einsammeln wir gehen jetzt einfach in unseren einheiten da oben hin weil da oben können wir jetzt schön unsere ich weiß gar nicht was wir darum machen können wir gehen einfach mal alle da oben hin scheint richtig zu sein davon aus können wir irgendwie die ganze glaube ich verschädigen also gehen wir da oben hin ja kann ja nicht schaden mit zu vielen wollten wie möglich hoch zu gehen jetzt geht mal rossi vor die ist ja schon da oben na guck mal bitte was da oben ist rosie auch da geht es noch weiter hoch sind sogar nur leute ich habe sturmtruppen selber eine sturmtruppe meinst du ich habe angst bridget stark hallo die stark ich habe nur die dinger können uns nicht treffen irgendwie da ich bin mir ziemlich sicher doch vielleicht sie hat schon viel gemacht in diesem part bin ich gut so irgendwas müssen wir ja abschießen mein gott hat sich doch gefährlich aus left hat singt schließen wir mal ab was also nicht betroffen oder kann man das nicht beschädigen ist ein bisschen schwer zu herauszufinden lago wie du auch mal nach oben und können die nichts mehr machen deswegen gehen wir mal mit denen nach oben und die ganze sieht aber auch richtig episch aus muss man sagen aber dann sagt sie sehen episch aus sie sehen episch aus da wieder eine hoch und bitte sagt mir du kannst übertreffen nein nein man aha jaho noch mal tu mal die dinger da unten kaputt schießen das wird ja wischen augen auf bringen wieso brauche ich immer noch drei schüsse der einkommen von hinten erschießen hallo naja machen wir ebenso kaputt wenn es unbedingt sein muss und skill wäre jetzt richtig nett verdammt also wieso nicht mal kaputt machen müssen im moment aber nur noch ein schuss deswegen super jetzt sowieso getötet das ding verdammt kann man auf der seite vielleicht warten da welche deswegen ich vielleicht nicht dahin gehen sollte ja damit wo sie wahrscheinlich mal rein irgendwann ja ich brauche herbert da oben kommunikation kannst du erst mit der granate irgendwann treffen ich glaube zwar nicht dass das viel schaden macht aber ob was kommt ja durch erreicht nur heiß heiß blago ich sehe doch nicht aus wie leise da kommt da irgendwie so ein sturm pro blauen schießt uns kaputt das möchte ich nicht kann ich mir noch was abschießen habe ich das nicht getroffen oder wenn jetzt nicht noch mal was verballern ich glaube nichts anderes jetzt gerade anschließen doch den dann unten kann ich neben treffe ich nicht ach da muss ich rein schießen war sagt man hat doch einer oder so ja leider wird das nur dass sie einen schuss jetzt nicht gezählt kommen hat dann können leider nicht noch mal schießen schade du machst das ding da oben kaputt und nun ja jetzt kann man beschädigen sagst du dazu maximilian das ich ich Entschuldigung... da ist volle möhre auf die lanze darauf ballern da ist es okay wahrscheinlich eine ganze armada super ja toll von da nein unsere basis ist ungeschützt nein mein munitionsspender oh gott da sind noch welche nennen sie glaube ich juno nennt sie ist tot gewesen wir müssen panzer platzieren jetzt die ganze folge ein jetzt nur darum geht die scheiß land kaputt zu machen 20 minuten lang nervig wirklich wirklich noch einen schritt kommen verdammt weg schon mal verdammt er war das gut gemacht auf marina schießen die feigen unter guter schon sagen die leute ja jetzt stehen wir sind nicht davon betroffene wie viel zieht so ein schuss ab muss mal kurz gucken einfach locker darauf trägt ihn so in der linken hosen tasche mit sich so jetzt müssen wir das ding abschießen 15 schüsse ok da geht ja noch wenn es oh mein gott hat wird lange dauern vor allem ohne munition der rosie sonst mal vielleicht nach unten gehen außer deinen schlüsse bringen auch noch was im moment kann ich kommt sowieso nicht weiter also ich habe schon noch was gemacht so jetzt runter da wir haben muss hier für unterstützung sorgen so hallo ich habe mir die säcke die dänen dd d 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 so Sya so hallo ich die außer späten stelle noch hier also ich habe nur boing boing so so muss das schön das bräuchten ingenieur es kommt mal ich habe nicht dass sie irgendwie bleiben einen schaden halten wird deswegen weil haben wir volle möhre rauf auf das verdammte dinge was warum auch die 18 schüsse auf und zieht in lager so viel mehr ab ich verarschen ja da betenkt der mensch geil ist aber auch so war ich mal übernutzte schüsse ich brauche ich alle mehr leute hier ein schuss ok unbedingt ein ingenieur da oben kann lange dauern wollen wir irgendwie voll wenig abzieht warum auch immer so dann den kann ich auch noch abschießen egal gut dann ich weiß nicht wo sie bewegt du dich noch ein bisschen da unten hin schon besser wohl den ja kaputt kriegen irgendwie jawohl kopfschuss wohl schon tot was christian da dann ist die lage schon wieder sehr beruhigt naja ich bin wieder richtig gut positioniert ich war da um ingenieur und hat funktioniert da habe ich irgendwie vergessen egal danke keine unterstützung geil das stimmt nicht bis dorthin in rennen können den einzug verdammt egal wir haben das hier kein problem das sind die makasate kannst du hat irgendwie abschließen aber bringt es nichts jetzt ganz schnell ein ganz schnell ganz schnell ganz schnell zack zack ne ich glaube dass obwohl 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 back schiebt so jetzt schön munition verteilt du machst sowieso kein schaden ganz normal sein damit sie nicht im nächsten zug vielleicht brägt ich habe jetzt egal oder ja wohl schon sagen ich lange nicht mehr gemacht die ganze trifft ziemlich ein ingenieur darf nicht verrecken doch die ganze trifft sie warum okay das wird jetzt ein bisschen eintönig das wird im bezug auch nichts beim nächsten zug garantiert das geht so eintönig mann könnte ja nicht von mir verlangen so hat ich könnte am besten nur auf lago mit lago schießen leise irgendwie wenig abzieht bringt sowieso nichts irgendwie vielleicht macht ja weniger schaden das problem warum auch immer ja sie braucht nur noch ein paar schütze und so kommt genau noch hin wenn ich sie noch zweimal schießen lassen und der lässt einmal munition auch verteilen kann sie am besten noch meinen sicherheit bringen sollte ich habe komplett bin ich hin ich habe zwei züge ok ja im nächsten zug aber und das ding trifft uns nicht was kommt man macht warum na gut mit zug bist du dran ach ich habe an ort so stimmt wie kann die schlacht so gut ausgehen letzte war noch nicht so frickernd gegen jäger kein unterschied der schlösser noch los kommen der nächste zug jetzt nicht alles komplett schief geht dann schaffen hat oh nein habe ich das böse wort gesagt toll da ist ein lancer oh nein bitte nicht nochmal wer du schießt nach oben jawohl es hat der ist ne ja ich glaube ich von wie weit schießt sie also unmenschlich auch gesehen ist eine valküra also aber trotzdem nein du machst den jetzt nicht jawohl gut gemacht stolz auf euch jetzt ist da noch so einer alicia waken gut so gut so wow alicia ist ein richtig guter scout der habe ich auch in einen zug geschafft äh dieses gemischen brawl zu schaffen man weiß wie diese verdammten tourettes die haben nicht geschossen das wusste ich nicht die sind so anti-panzer-tourettes gewesen oder die wahlkopf schießt ja egal dies jetzt im nächsten zug tot so cool danke der lago so bäms richtig eintöne ich jetzt drei züge nur darauf geschossen weil es auch ganz schwer jahr zu verrecken aber einfach so lange er sagt komische halo schuss nummer 3 fans der letzte geschuss geht dann leist mein aber hat genug screen time hallo irgendwie es hat leises vision warum bist du hier mal umgedreht dort schießt das ding kaputt bei uns weg ist die lanze klar sagt schulium der kirche kreik 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 mein gott viel geld erfahrung man bekommen wir jetzt noch eine auszeichnung 1 ok konto 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 Das war's für mich. Das ist doch so. Ich habe kein Irmögen für den deutschen König. Ich habe kein Irmögen für den deutschen König. Ich habe das deutsche König, aber ich habe das Bedeutungsmögliche genommen. Ich habe das in meinem Vater als Vater verletet. Ich habe das andere König zu besonder sein. Ich habe das Bedeutungsmögliche genommen. Ich habe das Bedeutungsmögliche gesehen. ich würde sagen wir kommen was auch im nächsten part an ich gucke mir mal an ob ich noch irgendwie was auflösen kann oder trainieren kann und was weiß ich was irgendwas gleich ist immer noch zum training oder kann ich vielleicht vom alten mann noch was lernen also jetzt hier irgendwann aktualisiert ich habe keine ahnung sollte ich mal gucken neues game spät ist auf jeden fall nicht gekommen das letzte scheint wo erst nach dem durchspielen freischaltbar zu sein da mache ich dann aber auch nicht mehr hallo irgendwie blöde finde ich nach dem final jetzt noch so normalen kampf zu machen im skirmisch wieso antiklimatisch warum aber immer noch nichts okay keine almosen okay dann werde ich wahrscheinlich auch nichts neues kaufen könnten das mal gucken wir haben so viel geld hallo und immer kaufen können dem kleinen kampf hallo ich baue doch neue waffen mann dann habe ich schon alles hier habe ich glaube ich auch schon alles so kann ich hier nicht nach unten drücken danke 35 schüsse blöde ist aber wenn ich mal eine neue waffe kaufe dann werden immer direkt alle leute mit dieser waffe ausgerüsteten das ist scheiße mein gott die werden immer dicker und immer größer und immer länger so jetzt ein land waffen können wir nicht holen aus dem grund na dann tun wir mal genau holen aber ich kann wahrscheinlich für edelweiss jetzt auch noch sachen wollen dann sag mal range und body ja was noch mal er baute edelweiss top grade in change cement die edelweiss top in change man selber und fast bei dreien von bayern und mannow which can be equipped at a time ach so ich kann nur eins von den min script und previous in change wenn die in der interaktion ah ok ich kann nur eins von diesen dreier dingern hier auslösen ja ok dann nehme ich über den körper hallo schießen durch mit dem dingen sowieso nicht so und ich würde lieber mehr aushalten sondern jetzt könnte ich ja wenn ich dann jetzt kaufen würde dann würde nur noch das ausgerüstet werden alles klar gut zu wissen schermann kann man für die irgendwann holen auch so ein dreier dingen die hat nicht so eine extra wurst das personen was ist aber ja unsere letzten vorbereitung für den letzten kampf normalerweise sniper wäre auch noch wo die es eigentlich nicht nötig haben wir wollen dass ich mich aussehen also die die bonds leisten können obwohl wir können uns alle leisten alles klar bei mein gott das war dann weiter zum training viel tun wir unsere letzten erfahrungspunkte noch verschwenden die sniper können einmal ding und weiße nicht haben die trooper irgendwie in erinnern war noch nicht ihre dritte wird kommt schon für 18 hallo ich kann mich wahrscheinlich hat valenza so stark brauchen die shop trooper haben jetzt noch was ich habe auch hier ein gott haben die 95 gelesen warum schon noch ein potenzial geil double attack kann zweimal angreifen der auch phoenix was ja wird okay die kann dann einmal nicht sterben okay ich habe er die ultimate accuracy permanent was für coring all ammunition auf der attack okay ja sie belohnt euch nur die lancer noch letztes potenzial aber es soll wohl nicht so sein dann stellen wir uns den letzten kampf in der nächsten folge kann zinkommen natürlich auch erst in der nächsten folge weil sie die versprechen aus die frage sich aus der typ ich würde dann sagen wir sehen uns in der nächsten folge von let's play valkyria chronicles ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen und sage tschüss warte jetzt kann noch eingefallen zurück habe ich noch nicht abgeworfen da ich habe nur noch ein ding zu bekommen eine auszeichnung mein gott ich habe noch nicht abgeschaltet bitte schalte wieder ein so sitzt du jetzt mit dem hut oder ohne hut da das schloss überhaupt schon wieder repariert hallo hallo kennen wir alles gewähre zum töten von maximilian aber ich bringe die ist es auch noch jetzt richtig voll gut außer geiler satz können wir auch noch mal reingucken ganz schnell wahrscheinlich haben sich wieder die ganze klamotten ja ungerüstet so warum ihr diesen scheiße ausgerüstet habe ein wenig aber er hat sich jetzt aber du kannst gleich mein gott jetzt alle das ausgerüstet ich glaube das war auch das beste maria ja na gut dann müssen wir jetzt eigentlich gut ausgerüstet sein für den letzten kampf und dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play valkyria chronicles wo wir den finalen kampf hier abschließen hoffentlich lebend ich bedanke mich aller herzlich fürs zuschauen und sage tschüss jetzt 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 Vielen Dank.